5 Flüsse Radweg 2022, habt ihr darauf los? Nach dem Intro geht's los! einen wunderschönen guten morgen liebe radlfreunde mein name ist benny und willkommen auf einer neuen radreise heute starte ich von nürnberg den 5 flüsse radweg es geht von nürnberg über amberg richtung regensburg kehlheim und dann wieder nordwärts richtung nürnberg 300 kilometer gestern bin ich schon mit dem zug angereist mit dem ICE habe noch den kevin aus nürnberg getroffen den habe ich letztes jahr auf dem donauradweg kennen gelernt ich würde vorschlagen auf geht's nürnberg zweitgrößte stadt bayerns circa 520.000 einwohner das erste mal sehe ich das pictogramm des 5 Flüsse Radwegs so ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Liebe Rates Freunde, ich bin jetzt in Schweig und wie versprochen habe ich hier ein Date mit meiner Tante Gunda und meinem Onkel Roland und sie packen auf. Da sind sie. Hi ihr beiden. Hi. Unser heutiges Tagesziel ist Königstein. Dort hat Gunda ihre Wurzeln. Ich bin gespannt und weiter geht's. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 1.800 Einwohner, Stand 2004. Urkundlich erstmal erwähnt im Jahre 1130. Liebe Radelfreunde, Tag 1 ist geschafft. Ich bin in Königstein, 71 Kilometer. Und schaut euch mal diese Aussicht aus meinem Hotelzimmer an. Ist das nicht geil? Liebe Radelfreunde, morgen geht es weiter. Wenn ihr Lust habt, schaltet dann gerne wieder ein. Bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und alles Gute, euer Berger Benni. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.